In diesem Minecraft Tutorial für die Minecraft Version 1.17.1 werde ich dir erklären, wie du eine Minecraft Mod für die Version 1.17.1 installieren kannst. Und der erste Schritt dazu ist, dass du einfach mal deinen Minecraft Launcher mit der Version 1.17.1, also dein Minecraft, startest, damit es einfach an sich funktioniert. Und sobald es dann gestartet ist, kannst du auch sofort wieder schließen. Du kannst deine Minecraft wieder schließen und dann gibst du einfach auf Google Fabric ein und dann siehst du hier FabricMC.net. Und das Ganze ist ein Modloader, ähnlich wie Forge, falls du den noch nicht kennst. Und dann kannst du hier in dem Text, steht dieser Hero Button, da klickst du einfach drauf, dann kannst du den Installer herunterladen, dann klickst du einfach hier auf Behalten. Und jetzt noch eine Mod. Und um eine Mod herunterzuladen, gibst du einfach auf Google Minecraft Mod Kursforge ein und dann gibt es hier diese Mods Kategorie auf der Webseite Kursforge. Und Kursforge hat ganz, ganz viele unterschiedliche Minecraft Mods und dann klickst du hier bei alle Versionen auf Minecraft 1.17.1, weil du ja für die Version 1.17.1 etwas herunterladen möchtest. Und hier gibt es Forge und Fabric Mods. Und du suchst dir einfach einen hier aus, da gibt es noch mehr Seiten. Ich werde jetzt hier die Comforts Mod ausprobieren und zwar gibt es die für Forge und eben auch für Fabric, da klicke ich einmal drauf. Und dann klicke ich hier auf Dateien und dann sehe ich hier unterschiedliche Versionen und eben auch die Version 1.17.1. Dann sehe ich hier die unterschiedlichen Dateien und klicke ich dann hier einfach bei 1.17.1 auf Herunterladen. Und dann werde ich weitergeleitet zu dieser Seite und da muss ich nichts machen, außer ein paar Sekunden warten. Und dann wird die Mods schon heruntergeladen. Ich lege dann hier auf Behalten. Dann klicke ich hier bei Fabric Installer auf Inordner anzeigen. Fabric zu installieren, klickst einfach mit einem Doppelklick auf Fabric und wählst hier die Version 1.17.1 aus. Und dann hast du das Ganze installiert. Und dann kannst du den Fabric Installer auch wieder löschen. Und dann startest du den Minecraft Launcher einfach neu. Und dann siehst du hier eben Minecraft Fabric wird hier installiert sein. Und dann spielst du das Ganze einfach und klickst dann auf Spielen wieder. Sobald dann Minecraft mit Fabric startet ist, kannst du auch wieder schließen. Und um jetzt die Mods zu installieren, klickst du einfach die Windows-Taste und R und gibst dort einen Prozent-Update der Prozent. Klickst dann in den Punkt Minecraft-Ordner und dann gibt es hier den Mods-Ordner. Sollte hier irgendwelche Dateien drin sein, dann klicke ich einfach auf Entfernen. Und dann ziehst du einfach die Comforts Fabric-Mod in den Mods-Ordner. Auf der Comforts-Seite klickst du dann hier noch auf Fabric-API, um diese Mods herunterzuladen. Das ist eine ganz normale Fabric-API. Und dann klickst du dann auf Dateien und wählst eben für die Version 1.17.1 diese Mods heraus. Und dann wartest du wieder ein paar Sekunden und dann wird das Ganze auch heruntergeladen. Und die Fabric-API ziehst du dann auch in den Mods-Ordner. Dann kannst du beide wieder schließen und dann startest du einfach Minecraft nochmal neu. Kreativ-Inventar öffnest und dann hier auf die Seite 2 gehst, siehst du die unterschiedlichen Items. Stil-Mod hinzufügt. So kannst du also eine Mod für die Minecraft-Version 1.17.1 installieren. Ciao!